Hallo liebe Fußballfreunde, Thema 1860 München, 3. Liga 2022-2023, 1. Spieltag, Dynamo Dresden gegen 1860 München, Ergebnis 3 zu 4. Startelf von Dynamo Dresden. 1860 München, Startelf. 1860 München, Startelf. 1860 München, das war's von Dynamo Dresden gegen 1860 München, Uhrzeit 21.24 Uhr. 1860 München, Startelf. 1860 München, Нач AU Radio. 1860 München, das ist ein Beispiel für die Entwicklung. 1860 München, Startelf. 1960 München, Startelf. Vielen Dank.